Tony der Totschläger einzigartig Jetzt hier auf YouTube die einst nicht artig Let's play's aus dem Ghetto zu brutal Überzeugt dich doch selbst, abonnier mein Kanal Tony der Totschläger einzigartig Jetzt hier auf YouTube die einst nicht artig Let's play's aus dem Ghetto zu brutal Herzlich willkommen meine Freunde hier auf Tony Totschläger TV Heute gibt's ein besonderes Special sag ich mal Alter Ich zock hier gegen der King Dinos Alter Mit Juventus spiel ich und er mit BVB Und wir wollen hier ein bisschen durchdrehen Ja hinterlasst mal in den Kommentaren Alter Ob euch die Audioqualität etwas besser gefällt Denn der Tony hat jetzt ein Studio Mikrofon hier am Start Und nimmt damit einfach mal auf Alter Was ich sonst immer zum Musik machen verwende Und ja könnt ihr ja in die Kommentare schreiben Alter Ich hoffe das Feedback ist cool Und ich hab mich nicht verschätzt Weil ich finde es hört sich besser an Und chilliger auf jeden Fall Und schön druckvoll Und ja Schauen wir mal Alter Hast du auch Bock auf das Spiel oder was? Ja und normal Alter Weißt du ja das verlierst ne? Das sehen wir dann Jetzt wird rasiert Alter Jetzt wird rasiert Mit Juventus Heute Abend spielen sie ja Also wenn ich manchmal so Eben grad hab ich vom Mikrofon weggerät Dann bin ich hier grad irgendwas am machen oder so Aber ihr könnt mich ja danach wieder richtig gut verstehen Also nicht wundern wenn ich das mache Das liegt nicht an irgendwelchen Soundproblemen Das ist wenn ich das mit Absicht mache Gut dann hätten wir das alles gesagt Aufstellung die Aufstellung Sieht sehr nice aus Hier lass ich einfach mal Boah Buffon 85er Sauber Alter Das ist nice Lassen wir mal alles so Freuen wir uns auf die Dortmunder auf jeden Fall Und ja ich kann nur immer wieder betonen Alter Liked meine Facebookseite in der Beschreibung Alter Und ähm Würde ich mich auf jeden Fall freuen Weil auf meiner Facebookseite geht immer gut was ab Und äh Schade dass ihr das alles so verpasst ne? Die Leute die mich feiern Ihr würdet euch auf jeden Fall tot lachen Und ja Dann würde ich gleich mal sagen Alter Let the game begin Ich weiß nicht ob es heute direkt hochladen werde Seid mir nicht sauer Wenn es Tag später oder zwei Tage später kommt Weil wir recorden Und ich kann nicht hochladen gleichzeitig Und aufnehmen die ganze Zeit Ne Das geht einfach nicht Weil ich müsste ja rendern Und dann Wenn man rendert kann man nicht gleichzeitig aufnehmen Oh Lorente Richtiger Absturzspieler eigentlich Boah Hat er aber ein brutaler Tor gemacht Das war nicht schlecht Seht es als kleines Special Ich hatte die 800 Abonnenten schon erreicht Aber Irgendwie haben wieder vier Leute deabonniert Kann auch sein Dass YouTube das mit inaktiven Nutzern macht so Ähm Oh es regnet Alter Wie in Deutschland Ja Da draußen Bei mir zieht es auch gerade übelst auf Spielen die eigentlich heute in Deutschland? Das weiß ich Ne ich glaube in Juventus Also in Toreen Keine Ahnung Okay Also ich hab nur gelesen Dass die irgendwie Im Trainingslager in der Schweiz sind Okay Zu unterbrechen Irgendwie dafür Okay Dann let's feds Alter Oha Der King die Nose Will uns hier gleich hinten reinringen Oh Lorente Alter Der Tierjunge Voll die roten Haare Mann Alter Hat er seine Mutter mit Pumuckl Im Verhältnis gehabt Alter Obame Janne Alter Obame Björn Da läuft er Nein 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 Da ist Oh Oh Buffon Shit Buffon Junge Buffon Sauberlos Oh Alter Das war ein faul Mann Bladzi aus Rasky Alter Bladzi Kowski Kurva Er kriegt gleich gelbe War schon wieder Die ist Was immer bei dir kommt Voll komisch Warum kommt das immer Alter Keine Ahnung Alter Voll seltsam Vor allen Dingen Weil ich es nicht höre Naja Ja das Das wird wahrscheinlich Durch deinen PC kommen Alter Also am Audio Interface Liegt es nicht Alter So Ah abseits Ah Da zuckt er wieder Er zuckt da richtig zusammen Alter Wie ein Eierkopf Wie ein Eierkopf Oh nein Ey Der hält mich voll fest Mann Konter Alter Gleich kommt der Konter Oh es leckt voll Hat voll gelingt Ja aber das liegt an Dings Ich hab ja gestern auch Gegen Abonnenten gespielt So Da hat es auch gelegt Also Bei ihnen war noch schlimmer Seine Leitung Alter Junge Junge Marcelo Wenn du das siehst Du weißt Bescheid Wie deine Leitung Mich abgefuckt hat Aber sag mir Alter Wer hat den Pokal Mit Indien Gegen Brasilien geholt Wer Wurteil hat er mit Indien Durchgedreht Junge die Die haben richtige Traumtore gemacht Bin ich nicht drauf Klar gekommen Alter Mein Spieler fällt hin Im Strafraum Ne Weil der Torwart Ihn irgendwie maßnimmt So ne Er steht einfach auf Ich kann mit dem Ball Weiterlaufen Und den ins Tor machen Indien hat voll die Special Spieler Ohne Witz Oh Tevez Schieß doch Der ist drin Junge Das ist das 1 zu 0 Für den Totschläger Meine Freunde Da ist das 1 zu 0 Und wir zelebrieren das hier Natürlich Mit dem Ballo Tevez Ach Piszczek da Junge Mit dem Ballo Tevez Da haben wir das hier Zelebriert Sehr schön gemacht Kurz sein Maul Alter dabei Der hässliche Ja ist ein guter Mutant Aber Der spielt einfach perfekt Geiler Spieler Carlos Tevez Alter 1 zu 0 Für den Totschläger Meine Freunde Hier im Special Das kann Oh Bei mir rotiert draußen Auch gerade das Wetter Junge Übertriebener Sturm Mann was geht da ab Bäume biegen sich voll Als hätte ich meinen Schwanz rausgeholt Oh nein Ey er liegt da voll Was ist mit diesem Lorente los Alter Scheiß Pummelkopf Alter Los komm Lorente Spiel doch Oh Mann Alter Zack 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 Mann Stellt doch alles zu Ihr Idioten Oh Sauber Das war kein Foul Naja Alles weh Komm schon Tevez Tevez Oh nein Scheiße Alter Dass es auch regnet Da kann man sich richtig behindert bewegen Spiel doch Oh Ich wollte viel früher reinrutschen Mann Was war das denn schon wieder Alter Rasiert mich hier voll Oh nein Gillette Nein Ello Tricks Voice Nein Der Hurensohn Bester Mann Alter Grüße gehen raus Alter An Carsten Junge Aka Ello Tricks Grüße vom Totschläger Wir müssen auf jeden Fall mal Paar Leute zusammen Totschlagen Alter Das wäre auf jeden Fall nice Kommst vorbei an meinem Geburtstag Junge Drehen wir alle durch Kleines taktisches Foul hier Meine Freunde Immer auf den Chinesen Asiaten Oh hier der Pirlo Alter Der Bart wird auch immer länger Andrea War früher mal ne Frau Er ist im falschen Spiel ne I got to the Witcher Das ist Gerald Gerald Pirlo Oder von Gwind ne Ist so ein Superspieler Komm schon Tevez 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 rasiert Tevez rasiert Lorente läuft mit Wie langsam Hummels Lorente Lorente der Tier Oh Lorente der Tier Oh Das gibt's doch nicht Alter Ja meine Freunde Und nicht vergessen Alter In die Kommentare zu schreiben Ob das jetzt ein Fresher ist Mit dem Mikrofon Was für ein schöner Pass auf Tevez Oh Da werde ich voll weggeholt Alter Krass Oh Voll die Spur im Rasen Alter Voll die Matschspur Rasen ist voll gefickt Sehr schön gemacht Oh nein Nein Spiel oben Andrea Andrea Oh nein Bisschen verschätzt Junge Und alles hinten aufgemacht Nein 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 Sauber Das hat aber auch alles gedauert Mann Das war Obame Chang Der Bruder von Obame Björn Obame Jan Alter Junge machen die hier einen Druck Jetzt Alter Was ist hier los Oh nein Oh Schön Den hat Buffon sicher gehabt Alter Sehr schön Mit seinen 80 Jahre alt Im Tor Er hat schon die vierten im Maul Ist nicht schlimm Alter Er hat die dritten Hände Oh schöner Pass Alter Der rasiert Mach ihn Jetzt mach ihn Nein Wie konnte ich den denn nicht machen Lorente Ey guck mal Mit seine Haare Alter Pumoke TV Alter Mein Gott Nochmal an die Hater Die in die Kommentare Immer schreiben Ich soll ja nicht so viel Alter sagen Dazu sag ich nur Alter Haltet eure Fresse Mann Ich scheiß drauf Was ihr labert Ich bin 20 mal intelligenter Als ihr Auch wenn ich 100 mal Alter In einem Satz sage Trotzdem kommen da auf jeden Fall Perfektioniertere Sätze raus Als ihr jemals in euren Leben Sprechen werdet Ich bin der Germanistik Student Alter Das Alter Das gehört da einfach rein Wenn man schlau ist Vidal 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 Am Start Jetzt kommt der Pass in die Mitte Komm mach ihn Das war Das war Das war Vidal Alter Bin ich voll Gegens Mikrofon gekommen Hast du das gehört Das war Das war Dings mit dem Fuß Alter Mein Fuß ist eingeschlafen Ich wollte mich mal besser hinsetzen Ja Oh Alter Komm schon Spiel doch weg Junge Alter Was machen die da Das ist Kasperle Theater Meine Freunde Das ist Kasperle Theater Sauber Komm schon Mit dem spielen wir Sehr schön Oh Mann Alter Wieder Vidal Oder Arturo Vidal Alter Boah Alter Schöner Schuss Leider war der nicht drin Pirlo hier wieder Eckball Spezialist Eckball Spast War der Eckball Spast Was ist jetzt los Alter Kilini Alter Was war das für ein Kopfball Mann Voll ins Aus Alter Hat da wieder kein Zielwasser getrunken Wie ein Rob Okay Blasikowski bewegt den Ball Er bewegt ihn richtig Es bewegt ihn Wie er den Ball bewegt Wir spielen hier zweimal 10 Minuten Also das ist ein vernünftiges Special Da kann auch keiner meckern Ist mir egal Ob die Folgen zu lang sind oder so Weil Man würde ja Wenn ich das cutten würde Wäre kein Problem Mir ist die Arbeit Für die Videos egal Ich hab auch so genügend Arbeit Mit den Videos Trotzdem immer noch Ne Äh Die ist mir egal Alter Aber es würden doch voll Die wichtigen Sätze Und so fehlen Das wäre doch richtig Gaylord Oh nein Oh nein Oh nein Oh fuck Sauber Der war nicht drinnen Alter Das ist auf jeden Fall Welchen Spaß hat er da geschossen Alter Das ist auf jeden Fall sehr nice Hat er die Zehennägel wieder nicht geschnitten Ist egal Dafür hat er Dafür hat er wie eine Frau Ein paar Titten Oh Oh nein Nein Alter Nein Oh jetzt brechen wir hier aber ein Alter Der Dinos der will den Oh Obamajang Alter Das gibt's doch nicht Alter Was ist denn hier jetzt auf einmal los Oh wow Vidal verkackt Jeden Schuss Alter Der wird immer gehalten Und jetzt kriegen wir hier das 1-1 War aber schön gespielt hier von der Nase Emmerick Alter Der Bruder von Emmerick Keep calm Kleiner Hurensohn Keep calm So Spiel mal um Und jetzt da Oh nein Alter Das war nicht so geplant Motherfucker Konter Oh Ne 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 Wir kontern den Oh Oh ey Er macht nix Dieser Hummels Alter Krieg ich auf Guck mal wie er aussieht Ey Wie so ein Lappen Alter Kadaver Schlitzaugen Wie Kadaver Oh schon wieder Wenn ihr auch die Störgeräusche bei Dinos hört Alter Schreibt's in die Kommentare Alter Sauber Gespielt Mh lecker Schmeckt nach Hotdog Schmeckt nach Taktog Alter Also nach Forz Ey er schaltet nicht um Galgava Ey ich konnte nicht umschalten Alter Diese scheiß EA Verbindung Ey Die ist einfach so gay Evra Angetäuscht Und jetzt geht er an der Seite vorbei Da geht er an der Seite vorbei Meine Freunde Da geht er vorbei Hat er Was Stürmerfrau Was Ich hab mich doch nur gewehrt Alter Weil er mich die ganze Zeit angepackt hat Oh Zeigen sie dir Oh Was rasten die denn schon wieder so aus ey Die Kommentatoren Boah die Lappen alter Boah ich hab grad zum Balkon geguckt ne Alter der Himmel der ist pechschwarz man Wie Ajebo Valanza Featuring Tobi Harder Panzer Ja saub Scheiß Komm 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 Und jetzt spiel durch Tobi an der Beauty Tobi an der Beauty Tobi an der Beauty Das geht richtig ab Oh Fein Ah Das war die erste Halbzeit Meine Freunde Und äh Jetzt müssen wir uns Auf jeden Fall anstrengen Dass wir hier noch Äh Die Führung machen Beziehungsweise Den Sieg mit nach Hause nehmen Und ja Mal schauen Wie es hier so weiter geht Auf jeden Fall So Da Da läuft er Da läuft er Da läuft er Oh nein Ey Willst du mich eigentlich verarsen Willst du mich verarsen Junge ich mach gleich Harakiri alter Marco make some noise Ja den hab ich gesehen Schon voll Feuer Alter Ich wusste auch schon Dass du den machen wirst Das war ein bisschen früh Ne Warum spielt er ihn so hässlich Ich hab mit X gepasst Alter Ey Ajebo Valanza Ajebo Ajebo Valanza Da rasiert er Oh schöner Pass Schöner Pass von Lorente Und jetzt spiel ihn da In die Mitte rein Schön Schieß doch Nein Was war das denn jetzt Ich hab ihn besorgt Ja Aber so komisch Alter Musst du zugeben Zeig mal Wiederholung hier Äh Lass mal Ah Kommen sie wieder nicht Alter So wichtige Sachen Kommen wieder nicht In der Wiederholung Dren Cousin Oh Mann Pogba Alter Den hätte er aber Machen müssen Alter Richtiger Pogba Pogba Der Bruder von Drogba Tobi an der Beauty Nein Nein Ja klar Warum kommt er jetzt Wieder an den Ball Alter Was für ein Bescheuerter Scheiß Alter Nein Nein Oh Mann Schmelzer hat den Schön reingebracht Ah hier der Dinos Alter Ich weiß Ne Schmeckt euch nicht Aber er ist halt Dortmund Fan Ne Dafür einmal Daumen nach unten Meine Freunde Nein Ah ihr habt doch alle Keine Ahnung Ich bin Bayern Fan Aber Wollt ihr hier mal Ne Runde mit Juventus Durchdrehen Alter Ausgegebenen Anlass Boah Buffon Junge Ist das ein Schrank Junge Alter Wie der Held Ne Schon 90 Jahre alt Aber Held Als wäre 15 Oh Boah Junge Das ist die Abwehr Von den Juven Alter Von den Turinern Juventus Juventus Urin Nein Ey Nein 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 Ey keiner geht hin Alter Die laufen schon wieder weg Boah Sehr schön Verteidigt Alter Nein Ey das gibt es doch einfach nicht Mann Oder nicht Was ist mit dir los Du redest gar nicht mehr Alter Hast du die Sprache verschlagen Oder was Ja ich bin nur so Das ist ein Let's Play Alter Nicht Let's Konzentration Alter So Oh 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 Was Was Alter Ja klar Voll von hinten Alter Ey Er liegt da voll Alter Da gibt es jetzt Da gibt es jetzt die Rache für Alter Da gibt es jetzt die Strafe Oh Oh Mach ihn Nein So Ey das gibt es doch einfach nicht Alter Oh nein 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 Komm schon Nein Oh Nein Ey das war eben gerade so ein brutales Foul Ne Dafür hätte es Minimum Alter Die dunkelschwarze Karte geben müssen Ey Ja Dafür gibt es natürlich Foul Alter Für so einen kleinen Rempler oder was Hä Ja wie bei Rempler unterm Sofa Was 5 zu 1 Fouls Nein Nein Oh Ey was war das denn jetzt Alter Ey ganz ehrlich Alter Was war das denn Mann Junge 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 Lass ich mir nochmal auf ein Auge zergehen Junge Alter Den lass ich nochmal drauf ein Furzen Alter Wie perfekt Die Bullen stehen da schon im Hintergrund Wollen dich verhaften Wegen Verarschung Das gibt es auch nicht Alter Was für ein unmenschlicher Kopfball das war Alter Und dann noch von Schmelzer Junge So unlogisch ne Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so einen Kopfball von Schmelzer gesehen Außer jetzt noch Aber das war auch in FIFA Oh Lorente Lorente die Ente Alter Der ist einfach zu langsam Mann Ah ich bin auch so behindert Warum bring ich Dings denn nicht rein Ich muss jetzt auswechseln Ich hoffe dass Ich hoffe dass er nicht auf der Reservebank ist Alter Ah das hätte ich gleich von vorne rein machen sollen Alter Morata da ist er Morata kommt Du weißt was Morata schon einmal mit dir gemacht hat ne Mir egal Okay jetzt fast 70. Minute Aber Lorente läuft Lorente Oh der ist so schlecht Alter Der ist einfach so übertrieben schlecht ne Was soll das denn für ein Spieler sein Mann Scheiß Pumuckl Alter Ich brauche jemanden der vorne ein bisschen attraktiver spielt Alter Und das ist Definitiv Mod da Alter Oh er springt nicht rein Alter Ey Was machen die denn da Alter Mensch Was machst du denn So kurz hier vorm Sieg Oh nein Ey was war das Hat er dann eben gedreht Schön 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 Oh nein Alter Ey Mann Nein Das gibt's doch einfach nicht Das ist doch lächerlich Alter Die ganze Zeit kommt's nicht zu der Einwechslung Alter Foul doch mal oder so Dieser Lorente ist einfach viel zu langsam Mann Ey der setzt sich nicht mal durch Ey er scheint nicht um Mann Ich komm dauernd immer vom Mikrofon weg Ich hoffe man merkt das nicht so krass Wird man sehen Ich jedenfalls nicht Ja bei ner Aufnahme hört sich das immer alles ein bisschen anders an ne Äh Boom Tevez Tevez Oh Mann Alter Oh ey Dieser Lorente ist so schlecht Alter Warum bist du nur so schlecht Junge Der kann echt nix Der ist richtig gay Alter Die verkaufen den doch 100% Oder die lassen den doch erst gar nicht spielen bestimmt Oh Oh Bosshaft wieder mal gerettet hier Guck mal wie der spielt bitte Alter Wo ist der denn gefährlich Alter Da Der kann nix Er wehrt sich nicht mal Alter Ist 20 Meter groß Alter Er wehrt sich nicht Oh 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 Tevez 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 rasiert Junge Tevez rasiert und macht hier das 2 zu 2 meine Freunde Alter Was ist jetzt los Hä Durchgeskillt Alter Viel FIFA mäßig Tony der FIFA Tony der Fieler Ja das freuen die sich so Mann Mein Tor war viel geiler Ne Mann guck mal Aber zeigen sie die Skills vorher nicht Alter Was ist das denn für ne Scheiße Richtig geil und schön in die linke Ecke reingeklatscht Da haben wir wieder ne Tonstörung von Dinos den Nasenschläger Das Mal hab ich's aber auch von dir gehört Deine Stimme ist weggegangen Ja Aber Ja keine Ahnung Alter Von mir kommt das niemals Alter Ich schwör's dir Wen hast du eingewechselt? Äh Ja steht doch da Kamp Ja eben gerade Das ist schnell Achso Das ist voll schnell weggegangen Ey schon wieder Junge 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 Kein Wunder dass ich so viele Fouls habe Alter Deine Deine Foulen ja auch Und es gibt keinen Foul Das ist so Ablacher Junge klatsch ihn weg Alter Den Obama Jeng Alter Keiner Dulli Junge Ah wieder ne Gelbe Alter Mein Gott hab ich schon viele Gelbe Haha Wir auch Wieder 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 ein Andrea Alter Wieder ein Andrea Also die alle mit vorne haben Andrea da Die heißen alle Andrea Andrea Vidal Andrea Pirlo Andrea Basali Andrea Tevez Nein Oh Das war Buffon Ich hab voll vergessen Alter Die Lücke da dicht zu machen Am Tor Mich da rein zu stellen Auf Buffon kann man sich eigentlich zu 100% verlassen Alter Sehr schön Voll spät gemacht Boom Alter schöner Pass Oh Arturo Alter Was machst du denn So kurz vor Weihnachten Oh nein Abseits Ah 85 Ja es gibt leider keine Verlängerung hier in der Saison Alter Voll kacke Das ist bisschen scheiße Aber was soll man machen Sauber Was für Foul Alter Voll weggeschubst Alter Ja ja Jetzt heulen wir nicht Ah deine Sachen Ganz Zeit Ey Ja Das war auch kein Foul Oder was Ey Komm schon Nein Oh Oh Mann ich wollte gar nicht Ich wollte nur angriffen Alter bei uns ist gerade der übelste Sturm draußen Krass Ich sollte mal meine Wäsche reinholen glaube ich gleich War so nebenbei Jetzt fliegt mir meine ganzen Tangas weg Alter Gar nicht klar Jetzt Da kommt die Entscheidung Nö Oh Carlos Tevez Carlos Tevez Immer noch ein Ball Carlos Tevez Carlos Oh Hätte ich mal unten gespielt Dich Idiot Carlos Weidenfeller Carlos Weidenfeller Pogba Pogba Blästränen Junge Meine Freunde Das 3 zu 2 Alter Pogba 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 Alter Wunderschön hier gemacht Vom Totschläge Alter Das hat Klatsch ins Maul reingemacht Verfickte Scheiße Sauber Da ist das 3 zu 2 Meine Freunde So muss das laufen Da Wiederholung hat es gedeckt Ja ja Bei mir nicht Geiler Schuss mit Außenriss Alter Da kann der alte Mann hier im Tor nichts machen Keine Chance Paul Pogba Alter Richtiger Paul Jetzt müssen wir das nur noch über die Zeit retten Alter Und dann haben wir den Sieg Oder machen wir noch eins Oh 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 Rasiert Junge Rasiert Der Toni rasiert Alter Und der Gegner ist frustriert Toni rasiert Und der Gegner ist frustriert So muss das sein Denn wenn der Toni kommt Dann besorgt das Der Eis kalt Annal Ey die schießen ganz Zeit nicht Alter Ich wollte ganz Zeit Distanzschüsse machen Komm schon Rasier den Nigger Alter Nein 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 Oh Mann Sauber So wollen wir das sehen Genauso Bam Bamm Marquisio alter Er hat gar nichts gemacht Alter Verstehe ich gar nicht was der Schiedsrichter da jetzt hat Er sammelt richtig gelbe Karten Ja nochmal Kartenspieler Und fairer Spieler Ey man muss tun was man tun muss Oh Schön 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 Und da ist der Sieg meine Freunde für den Totschläger alter Der Totschläger ist durchgedreht alter mit dem 3 zu 2 leider nur aber äh Sieg ist Sieg würde ich mal sagen Ja Wie hat dir das Spiel so gefallen? Mein Tor war das Fetteste Ach niemals Alter Das Beste war als ich mit Tevez durchgesagt Schreibt es in die Kommentare Wer hat das beste Tor des Spiels gemacht Alter Entscheidet Alter Kopfverlor Brutale Skiller Alter Fifi war durchgedreht und dann in die linke Ecke gezogen Das hat viel zu lange gedauert Ja egal Ein gutes Tor dauert halt länger Und mit diesen Worten verabschiede ich mich Alter Wir sehen uns in der nächsten Folge Meine Freunde Alter Danke für die ganzen Abonnenten Alter Ihr seid einfach die geilsten Haut da rein Alter